Ich habe vorher auch schon ein funktionales Gruppentraining gemacht, was mir aber immer gefehlt hat, war einfach, dass ich mich weiterentwickeln kann, dass ich halt Ziele habe. Mein Körper hat sich definitiv weiterentwickelt, ich habe jetzt wesentlich mehr Kraft bekommen als noch vor drei Monaten. Gleichzeitig aber auch vom Geist her, also ich traue mir mittlerweile wesentlich mehr Sachen zu. Ich weiß jetzt, dass ich halt Dinge schaffen kann, wenn ich auch dran glaube und einfach daran arbeite. Das schlägt sich halt auch im Privatleben nieder, sodass ich einfach wesentlich mehr an mich glaube. Und es ist einfach schön, also hier kommt man einfach mal gerne hin und ja, da ist einfach das passiert.